Ja, ich bin mal wieder zurück nach einem kleinen Päuschen und ja, wir haben jetzt natürlich hier in unserem Let's Play wirklich die Schlussrunde eingeläutet mit der letzten Schlacht. Also Polen haben wir erfolgreich verteidigt, es kann sich jetzt halbwegs friedlich entwickeln und hier ist ja auch schon eine sehr, sehr ordentliche Infrastruktur, auch gerade fürs Militär, sogar schon Berufungsgericht und die Armee hier hat ja auch schon Grenadiere und Leichtinfanterie, also nur durchaus mit interessanten Einheiten gespickte Truppe. Und Breslau-Schlesien entwickelt sich auch ganz fantastisch und bei uns ist es jetzt wirklich so, dass wir, ja wie soll ich sagen, eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun haben. Ich möchte wie gesagt noch einmal mit den Franzosen richtig in eine fette Schlacht mit den Dampfschiffen. In zwei Runden haben wir zwei weitere Panzerschiffe und wenn das der Fall ist, dann kann man vielleicht die Flotten verbinden oder so, mal gucken und dann werden wir nicht die Österreicher, aber hier die Franzosen angreifen. Und uns noch eine fetzige, fette Seeschlacht mit ihnen liefern und ja, ich glaube, ich gehe weiter in die nächste Runde und wir, ja, sehen zu, was sonst so passiert. Weiter geht's. Da kommt noch unser Spion. Und ein General. Das ist gut vor so auf, soweit ich weiß. Haryasis. Ganz schön weit. Auch in der Ostsee haben wir jetzt Panzerschiffe und ich weiß nicht, ob wir Schweden Finnland einfach abkaufen, ob wir es nunfalls gegen irgendeine stinkreiche Provinz tauschen. Denn Preußen bietet einen Friedensvertrag an, den würde ich sogar annehmen, aber das heißt, dann könnten sie ja Polen erobern, das möchte ich nicht. Deswegen lehne ich ab. Und Polen soll sich erstmal in sein Reich zurückziehen in die Stadt, damit das gesichert ist und Polen nicht wieder flöten geht, weil Polen gehört ja von uns zu den Provinzen, die wir auf jeden Fall halten müssen, zu den sieben. So, haben sie sich zurückgezogen? Ein bisschen. Ein Teil, ja, genau. Gut. So, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Und ein paar Armeen haben wir noch. Also, Truppen haben wir noch in Böhmen zum Beispiel. Ganz genau. Battillerieministerium wird hier noch gebaut. Alles schön und gut. Gut, Torsow. Jawohl. So. Aus Preußen, Militärakademie, alles gut und schön. Und hier unten sind wir dann gleich nächste Stunde soweit. Mal sehen, können unsere Agenten noch irgendwas machen? Du könntest das mal in Luft springen, das Handelshaus hier. Oh, 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 nicht gut. Äh, nope, eh denne, das machst du mal nicht. Auch Siebener, egal. Okay, weiter geht's. Und der Spion aus Belgorod kommt auch weiter. So. So. So, der Ventilator muss wieder laufen. Heute ist es auch mal wieder schön 25 Grad. Und vor allem ist es so ein klebriges, schwüles Wetter hier im Norden. Aber das ist ja in Deutschland überall so. Äh, Bündnis gescheitert Russland Österreich. Och, nö, das muss doch nicht sein. Das müssen wir gleich mal wieder, äh, hallo. Verbündete. Preußen. Ne, darin liegt's nicht. Hier steht. Bündnis mit Verbündetem ihrer Feinde nicht möglich. Ach ja, stimmt doch, Preußen. Mhm, gut. Ja, dann eben nicht. Ihr doofen Säcke. Und im Schwarzen Meer haben wir jetzt die Panzerschiffe. Und dann will ich auch ein, äh, jetzt entsprechend die ganze Flotte losschicken. Die kommt ziemlich weit. Äh, nee, achso, da hab ich mich getäuscht. Das sah aus wegen dem Wasser. Bis dahin kommt's aber trotzdem ziemlich weit. Einmal um Rumelien rum. Und erstmal hier hinziehen. Und dann gucken wir weiter, wie wir das weitermachen. Ob wir die Truppe noch dazuziehen, also diese Schiffe. Oder ob wir das irgendwie so machen. Ja, mal gucken. Ich denke, die vielleicht dahin. Und die dann auch schon mal so hier hin. In die Egeis. Und das interessiert mich jetzt nicht. Und, äh, wir marschieren erstmal mit den Schiffen weiter. Oder fahren mit den Schiffen weiter. Und gucken uns dann alles andere an. Der Spion kann nochmal das hier versuchen. Ich lasse nicht locker. So, jetzt hat er das auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und ab nach Berlin. So. Das ist eine fette französische Armee, aber ohne General. Und weiter geht's. Die Preußen wollen erneut einen Friedensvertrag machen. Und ich glaube, diesmal machen wir das auch. Jawohl, komm. Dann können wir uns wieder mit Österreich verbünden. Und vor allem ist Polen jetzt auch stark genug, die Preußen notfalls alleine zu vernichten. Also wenn die Preußen in Polen einmarschieren. Ich gucke mir das nochmal an, wie die Lage da jetzt ist. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Ah, wir müssen aufpassen. Also wir müssen aufpassen. Wir könnten auch handeln. Mache ich jetzt auch mal. Jawohl. Und dann haben wir Österreich. Mit denen machen wir ein Bündnis. Jawohl. Hat auch geklappt. So, so muss das sein. Und du blockierst mal hier die Brücke. So. Okay, dann die Flotte. Weiter geht's. Weiter fährt's in diesem Fall. Und, äh, hier hat er glaube ich noch drei Runden, bis sie hier seid. Jawohl. Okay, weiter geht's. Noch drei Runden bis zu einer großen Schlacht. Der ersten und letzten Seeschlacht, dieses Let's Plays. Aber das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich hab noch nie mit Dampfschiffen gespielt. Napoleon fordert 17.000 Goldstücke, bietet uns dafür einen Friedensvertrag an. Das mache ich aber nicht. Ich bin noch nicht bekloppt. Ich will ja mit denen noch eine Schlacht haben. So, auch in Moskau noch ein Spion. Da kann ich ja von mir aus rein. Gamespionage betreiben. Sieht lustig aus. Yegor Derevenko. 27 Jahre jung. Und eine Freimaurerluge hier in Romelien. Das ist ja auch ganz nett. Und da kommen sicherlich bald noch ein paar Spione. Und die Österreicher haben sich jetzt zurückgezogen. Für uns ist das die Gelegenheit schlechthin. Da mal, äh, das sind hier Gewürze. Oh, da kann man locker mal drei Schiffe hinstellen. Und die Dampfschiffe, die kommen auch entsprechend weiter. Und die schicke ich auch vorsichtiger mit. Die drei 80er normalen Schiffe. Und euch. Gleich hinterher. Da haben wir einen Schiffsvormarsch-Sondergleichen hier. Und weiter geht's. Der guckt sich in Polen um. Ihr müsst mal mehr Truppen in die Garnison nach Warschau schicken, ihr Dullis. Nicht, dass die Preußen ankommen. So. Hm. Naja. Bisschen mehr immerhin. In Südfrankreich bleibt die Lage... Stabil. Jawohl. Smolensk. Hier ist jetzt ein neuer Spion. Es sind gleich zwei neue Spione. Jakov Strapkovic, 29 Jahre. Ist gut bei Schwertduellen. Na wie schön. Der kann auch mal hier hinkommen. Und ein Kollege in Ostpreußen. Der kann direkt mal mit den Preußen ein bisschen spielen. Antat ausführen. Oh ja, bringt Glück mal um. Ist eine gute Idee. Das war keine gute Idee. Okay. Und Meister der Seefahrt. Ah. Plus zwei Prozent Bewegungsreichweite und plus zehn auf Sichtentfernung. Alles klar. Also der nördliche Art Miral, der für uns jetzt keine große Rolle spielt, ist noch ein bisschen besser geworden. Aber ist ja nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Und hier haben wir Sizilien. Einen unserer Verbündeten. Mit durchaus starker Garnison. Donnerwetter. Und einer Werft. Aber ohne Flotte. Zumindest scheint es. Da, die Österreicher haben uns wieder den Posten weggeschnappt. Die Assis. Und wir ziehen die Flotte nach. Und zum letzten Mal denke ich, oder zum vorletzten Mal sage ich, weiter geht's. Runde Wänden. Da kommen sie schon an. Sie gehen natürlich auf die schwächere Flotte, die Idioten. Wir ziehen uns sofort zurück. Und sie kommen hinterher. Das will ich nicht spielen. Das machen wir mal eben automatisch. Wir haben zwei Schiffe verloren. Die Franzosen haben sieben Schiffe verloren. Das ist ja sehr gut. Also haben wir sie schon mal automatisch ein bisschen geschwächt. Er will wieder Frieden und winselt um Frieden. Das bekommt er aber nicht. Die Flotte hat keine Reichweite mehr. Und ja, jetzt sind sie ein perfektes Opfer für uns. Aber ich schätze, dass die Franzosen noch ihre starken Schiffe behalten haben. Und nur die schwachen verloren haben. Das ist mir mal ganz recht so, wenn es denn so ist. Weil man dann eine schöne Seeschlacht zwischen den guten Schiffen hat. Und nicht zwischen irgendwelchen Dulli-Schiffen. Also in Meeren noch ein Agenten. Du kannst mal nach Böhmen gehen, nach Prag, um dort ebenfalls Gegenspionage zu betreiben. Auf den letzten Metern dieses Let's Plays. Die Flotte ist in der Tat verloren. Und Vlad Bryanski hat sein Spionagenetzwerk in Berlin aufgebaut. Und wir bomben da gleich mal das große Opernhaus in die Luft. Jawohl. Und das hat sich auch erledigt. Und wird erstmal teuer repariert werden müssen. So, hier haben wir Handelsschiffe. Und wir nehmen gleich mal zwei Stück, würde ich sagen, ab auf den Kaffee. Und da ist auch noch was. Nochmal Kaffee. Da können wir auch nochmal zwei draufstellen. Und die letzten drei vielleicht hierhin zu den Gewürzen. Kaffee dürfte dadurch ein bisschen im Handel gesunken sein. Afrika jetzt 37 Säcke. Ach nee, 18 Goldstücke nach wie vor. Mittelmeer. 74 Säcke. Da haben wir jetzt Einkommen von knapp 24.000 Goldstücken. Das ist unglaublich. Und du, mein Freund, überfällst jetzt mal die französische Marine unter Pierre Charles Villeneuve. Auf geht's. In die große Seeschlacht. Nein, sie ziehen sich zurück. Das gibt's doch nicht. Also hinterher. Jetzt aber nochmal Seeschlacht. So, jetzt können die Französischen nicht mehr zurück. Und tatsächlich, sie haben die schwachen Schiffe verloren. Und die starken behalten. 122er behalten. Dann ein 74er, was nur noch 57 Kanonen hat. Ein 80er mit 65 Kanonen. Zwei angeschlagene Fregatten. Und zwei angeschlagene Handelsschiffe. Oder ist das hier... Ach, das ist die Besatzung. Upsi, nicht die Kanonenzahl. Na okay, sie scheint ziemlich kött zu sein. Aber wir gehen trotzdem mal in die Schlacht. Wir sehen jetzt gleich sechs Panzerschiffe mit einem Sechs-Sterne-Admiral. Und ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Auf geht's. Also das riesenstarke Duell wird das jetzt nicht. Weil die Französischen vorher so blöd waren, uns anzugreifen. Und ich wollte mich ja noch zurückziehen. Aber, tja. Dann, äh... Haben sie es eben selbst verbattelt. Aber mir geht's vor allem darum, diese Panzerschiffe mal zu zeigen. Und auch selbst mal zu erleben. Ich hab, glaub ich, nur ganz, ganz wenige Seeschlachten überhaupt mit denen im Multiplayer-Modus geschlagen. Aber in der Kampagne, glaub ich, noch kein einziges Mal. Weil ich nie so weit gekommen bin, äh, diese Panzerschiffe echt zu erforschen. Die ja ganz, ganz unten im Technologie-Baum sind. Und, naja. Aber jetzt hatten wir es so weit. Da hinten sehen wir schon die Küste. Also wir sind auf jeden Fall küstennah. Wir sind ja hier im Tyrannischen Meer. Also kurz vor Sizilien. Wir sehen riesige Dampfschiffe mit, äh... Trotzdem mit Segeln ausgestattet. Und haben auch noch Rückenwind. Also wir haben echt alles, was das Herz begehrt. Mehr brauchen wir nicht. Und ich sag direkt mal, Gefecht beginnen. Los geht's. Erstmal, äh, sei gesagt, dass die Taktik bei Seeschlachten, äh, schwieriger und zugleich einfacher ist als bei Landschlachten. Sie ist deswegen schwieriger, äh, weil, äh, es die Problematik gibt, dass Schiffe sich unglaublich langsam bewegen. Selbst wenn es Dampfschiffe sind. Äh, und es ist halt eine sehr, sehr behäbige Sache. Zugleich ist es aber auch einfacher, äh, weil man eben mehr Zeit hat in der Regel für seine Koordination. Ich sehe schon hier, dass 122er der Franzosen hat noch 45 Kanonen, leider. Ist natürlich eine mächtige Erscheinung, aber trotzdem schwach. Die beiden Fregatten sind nicht der Rede wert. Und wir haben dann die 74er und die 80er, sowie die Handelsschiffe, die ebenfalls stark angeschlagen sind. Die Fregatten haben ja sogar schon im roten Bereich noch ihre, äh, wie heißt... Panzerung. Und diese Dampfschiffe sind aber echt ein geiler Anleger. Also mit vollen Segeln plus mit diesem hübschen Dampfkessel hier, den wir uns hier ansehen können. Der, äh, russischen Besatzung. Alle schön im Grün, wie sie es gehört. Und es raucht so vor sich hin. Am Anfang waren die Kapitäne gar nicht begeistert, dass es auf einmal jetzt, äh, offenes Feuer an Deck geben sollte. Aber das hat sich dann ja auch noch geklärt. Ja, Metallplatten, genau. Jede Menge einsteckende Beschuss, beinahe jedes Vergleich, manche Bestandteil. Eisern, Außenhaut plus Kommissin in der Holz und... Und... Und so, jetzt geht's auch schon los. Hoffe ich zumindest. Feuer, meine Lieben. Jawohl, jetzt geht los. Da steht doch gerade eben, feuert. Da steht doch gerade eben, feuert.